Ja, hallo, also mein Name ist Andreas Altmann, ich bin hier zuständig für den Vertrieb Service Mittelspannung bei der ABB, sitze in Rating und möchte kurz hier kurz unser ZS 8.4 digital präsentieren. Auch hier sind Futures im Bereich des Surfaces eingebaut. Wenn wir hier näher ankommen, sehen wir hier ganz einfach ziemlich groß bestückt die Anlage, wie man sieht. Hier sind sämtliche Features, die die ABB bietet, aber ich möchte jetzt nur auf einen Teil eingehen und zwar ist das entsprechende Service-Produkt MySideCare und MyRemoteCare. Dieses Element wird über den Service Mittelspannung vertrieben und hat den Effekt, dass man eine entsprechende Bewertung des Schaltgerätes, was man in den Leistungsschalterraum hier sieht, den Wartenschalter, ablesen kann. Das heißt, über MySideCare, wie es schon der Name schimpft, MySide heißt vor Ort, wir sind vor Ort, können wir die Werten des Leistungsschalters aufnehmen, das heißt, entsprechende Abbrand, Strom, Wartungstermine etc. pp. Das kann man absehen, das heißt, der Kunde kann direkt vor Ort entsprechend an, entsprechend digital anzeigen, anschauen, wie ist der Schaltzustand des Gerätes, stehen Wartungen etc. pp. an. Diese Erweiterung ist dann entsprechend, dieses Gerät erweitert wird über einen entsprechenden, heißt RemoteCare, das heißt, wie Remote, wie man schon sagt, kann man das von der Ferne erweitern, das heißt, dieses Gerät wird über einen entsprechenden Bus erweitert und man kann über die Ferne den Zustand, also entsprechend ablesen, das heißt, der Kunde sitzt quasi zu Hause am Rechner und kann den Zustand des Gerätes überwachen.